Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. In diesem Video spielen wir mit Paw Patrol. Wir haben ein Spielset mit Sky und zwei niedliche Häschen. Jetzt lasst uns die Schachtel öffnen. Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Wir haben die Figur von Sky. Sie ist hübsch wie immer und trägt immer rosa Kleider an. Die Figur ist auch voll beweglich, kann den Kopf drehen und Füße bewegen. Und sie hat auch ein kleiner Schwanz. Da haben wir die zwei Häschen. Sie sind so süß. Und eine Holzschachtel für die Äpfel. Mal sehen wie viele rein sind. Oh, es sind keine da. Na sowas. Aber was bewegt sich hier? Die kleine Häschen. Sehr lustig. Jetzt lasst uns aber spielen. Hallo Freunde, habt ihr Reiter gesehen? Nein Chase, wir warten auch auf ihn. Er hat gesagt, wir haben eine neue Mission. Wow, es wird lustig sein. Juppie. Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Sehr gut Reiter. Dann lasst uns diese Tiere zum Zoo bringen. Alle Tiere sind da. Lasst uns losfahren. Was für eine tolle Mission, Reiter. Was für eine tolle Mission, Reiter. Wir sind zum Zoo angekommen. Ich gehe mal sehen, was die Tiere machen. Tiere. Wo sind die Tiere? Oh, das kann nicht wahr sein. Elefant. Affe. Wo seid ihr? Ich muss schnell Reiter sagen. Die Tiere sind verschwunden. Sie sind weg. Ein guter Scherz Chase. Jetzt bring sie bitte. Aber ich sage die Wahrheit. Oh nein. Sie sind tatsächlich verschwunden. Wir müssen sie finden. Huff, huff. Oh, Patroll, die Mission. Huff, huff. Huff. Lasst uns zusammen die Tiere fangen. Huff, huff. Huff, huff. Alles ist in Ordnung, beruhige dich Oh oh Aua, das hat weh getan Entschuldigung, aber diese Tiere Ich kann sie nicht fangen Ich auch nicht Komm, ich habe eine Idee Häschen, geh fangen Kleine Affe, bist du hungrig? Komm, nimm die Bananen Es sind nur deine Geschafft Papagei, wo bist du? Ich habe dir einen Apfel gebracht Aua, geh weg, geh weg Hurra, wir haben alle Tiere gefangen Sehr gut gearbeitet Das war's für heute Vielen Dank für das Ansehen Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, vergiss nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinem Kanal zu abonnieren Bis nächstes Mal Tschüss